Hallo, herzlich willkommen hier im WildStyleShop. Heute haben wir was ganz besonderes. Wir verlosen heute zehn Pakete Eggshell Sticker. Ja, was sind Eggshell Sticker? Ja, ich erzähle es euch, ich zeige es euch. Das hier, seht ihr hier, diesen kleinen Auskleber hier, ja, das ist ein Eggshell Sticker. Und das Besondere daran ist, wenn der klebt, dann klebt der, kriegst du nicht mehr ab. Und wenn du versuchst, den abzumachen, dann mehr als die paar Schrocken hier, ja, geht nichts ab. Also das ist das Besondere. Und es gibt ja jetzt schon ein paar Eggshell Sticker und wir haben was ganz besonderes. Exklusiv für euch, nur hier im WildStyleShop, Eggshell Sticker in Hologrammfolie. Ich zeige es euch mal den ohne, ja, so, 50 solche geilen Sticker, ja, 50 Teile davon in einem Paket. Und wir verlosen jetzt einfach mal zehn Pakete, zehn Pakete für euch da draußen. Und was ihr tun müsst, ist einfach nur dieses Video posten, einfach teilen und einfach in den Kommentaren drunter schreiben, warum genau du diese Sticker geschenkt bekommen sollst. Also, wie gesagt, Eggshell Sticker, sogar etwas größer, als die, die schon bekannt sind, also um die Hälfte größer, in einem schönen Hologramm-Style. Guckt euch an, wie es blinkt. Ja, da guckt sogar mein Freund Chick. Verrückt. Also, wie gesagt, Jungs, viel Spaß bei der Verlosung. Schreibt uns, warum genau du sie bekommen sollst. Und dann sollst auch du sie bekommen, aber teile dieses Video. Das war's aus dem Whiter-Shop. Peace!